Hallo, wir müssen heute mal wieder was für unsere Pferdchen tun. Der Stall ist unbequem und die Sumpflandschaft hinter mir breitet sich immer weiter aus. Das muss verhindert werden. Wie wir das machen, seht ihr in diesem Video. Also viel Spaß dabei und Apo. In unserem motorisierten Schubkarren Video habt ihr ja gesehen, dass bei uns manchmal ein ganz schönes Schlammparadies ist. Hier unten auf dem unteren Paddock ist das nicht so. Hier haben wir Hackschnitzel ausgebracht. Wie ihr seht, das ist jetzt schon anderthalb Jahre her. Die Hackschnitzel sind jetzt schon zum großen Teil hier verrottet und hier wird es im Winter auch ganz schön matschig. Das heißt, wir brauchen mal hier eine neue Schicht Hackschnitzel auf dem Paddock und glücklicherweise haben wir in unserem ersten Hof relativ viel Astgut, was wir jetzt hacken müssen. Also machen wir uns jetzt mal dahin, und hacken mal diese ganzen Bäume hier zu allerfeinsten Pferdehackschnitzeln. Zu allererst haben wir mal hier unseren Holzhacker aus dem Schafunterstand rausgeholt. Das ist eine der wenigen Maschinen, die das ganze Jahr bei uns trocken steht. Naja, bis auf den Moment, in dem das Schaf drauf pinkelt, dann rostet der Hacker aber nur unten. Die Stürme im Februar und März sind an uns leider nicht spurlos vorbeigegangen. Hier zum Beispiel haben wir die Überreste einer Buche, die auf unseren Hauptweg gefallen ist, den wir benötigen, um in den Wald zu kommen. Die haben wir hier schön klein geschnitten und jetzt stecken wir die mal hier in unseren Hacker rein. Glücklicherweise verfügen wir seit einiger Zeit über ein altes Straßenbaufahrzeug. Das ist ja natürlich nur artgerechte Haltung, wenn wir die Hackschnitzel da direkt mit dem Hacker reinblasen. Um die alte, spröte Plane zu schonen, lehnen wir hier noch ein paar Alubleche dran, und dann geht das hier los. In den letzten Arbeitsjahren mit dem Hacker haben wir festgestellt, dass es besser ist, die Hölzer so lange wie möglich auszuhalten. Denn erstens spart man sich sprit für die Säge, zweitens muss man nur halb so viele Stämme einlegen, wie wenn man sie einmal zertrennt, und drittens schlagen die nicht so rum, wenn sie vom Hacker eingezogen werden. Das schlimmste Holz, was man in den Hacker stecken kann, ist kurzes Holz. Von dem kurzen Holz habe ich am allermeisten Respekt, weshalb ich mich auch hier ein bisschen komisch anstelle, dieses zwei Meter Stück in den Hacker reinzubekommen. Vor circa vier Jahren hat mir nämlich dieses Gerät hier einen zehntägigen Aufenthalt im Krankenhaus beschert. Ich hatte damals genau ein solches kurzes Buchenholzstück, zwei Meter lang, versucht in den Hacker reinzustecken, habe aber leider den Arm nicht lang genug gemacht, und das Holzstück schlug mir dann beim Einziehen direkt unten ans Kinn. Das hat mich natürlich direkt überrascht, so dass der Helm nach hinten weggeflogen ist. Mein Bruder hat mich dann ins Krankenhaus gefahren und dort musste ich einen Backenzahn spenden. Den habe ich bis heute nicht wieder gekriegt. Also Holzhacker sind ganz schön hinterhältige Biester. Noch kurz was zu unserem Setup hier. Vor dem Hacker hängt hier unser Massil Ferguson 44 und noch zwei Zahlen. Der hat so um die 80 PS. Hinten dran hängt ein Hacker unbekannten Herstellers. Wir haben wirklich gesucht, aber es steht definitiv nicht dran, was für ein Hersteller das ist oder welche Spezifikation er hat. Die Einzugsbreite beträgt 15 Zentimeter und wir müssen feststellen, dass da wirklich alles, alles was da reinpasst durch das Loch wirklich anstandslos hackt. Egal ob trockenes Holz oder nasses Holz, Laubholz oder Nadelholz. Der zieht einfach jeden Baumstamm, den man da reinsteckt, gnadenlos durch. An der ersten Stelle sind wir jetzt hier fertig. Unsere zwei Haufen mit dem frischen Buchenessen sind weggehackt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel wird. Ich dachte, es ist eher so ein bisschen, vielleicht so ein ein Stück. Aber unser kleiner Transporter hier ist schon ganz gut voll. Viel mehr werden wir hier nicht reinmachen, weil das sonst wahrscheinlich zu viel wird. Also jetzt geht es ab an die zweite Stelle und dort arbeiten wir wieder mit den Big Bags. Um vernünftig mit den Big Bags arbeiten zu können, benötigen wir jetzt noch eine zweite Maschine mit einem Hubmast hinten dran. Diesen Hubmast haben wir vor ein paar Jahren mal selber gebaut. Den haben wir von einem Tagkraftgabelstapler weggemopst. Zwischendurch wollte man den sogar noch mal verkaufen, aber zum Glück, zum Glück haben wir das nicht gemacht. Denn nichts ist besser zum Händeln von Big Bags als dieser Staplermast. Unser IAC ist jetzt startbereit. Wir haben hinten den Hubmast dran gebaut. Wir haben gleich noch ein paar Paletten mitgenommen, ein paar Big Bags. Hat sich nämlich als recht praktisch herausgestellt. Jetzt fahren wir mal hinter und bauen mal uns auf an einem zweiten Haufen Hackschnitzel. Schritt 1 Um 200 zu 300 bis 30 geht esult. Schöpfen Altd Cheng es echt staаться. Schritt 1 Schritt 1 Schritt 1 Speaker 2 Hier auf der kleinen Pachtwiese hat eine Beräumung des Bachufers stattgefunden, das heißt hier muss man ganz viel Sträucher und Büscher und so ein kurzes Geäst häckseln. Dauert natürlich alles ein bisschen länger, weil man es doppelt so oft anfassen muss, aber das ist alles nur Weide und irgendwie ist anders gesträucht. Das ist für unser Paddock genau das Richtige und dafür werden wir es auch wunderbar nutzen können. Ist der Bauer reicher, fährt der Bauer eicher. Schöne Grüße an unsere Nachbarn. Musik 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 Ja die Hackschnitzel sind schön grob geworden hier genau so wie wir das wollen, so mögen dass unsere Pferdchen, wenn wir die jetzt in den Paddock reinkippen, dann haben wir da auch wieder ein Jahr lang Ruhe. Mit dem Holzhacken sind wir jetzt auch erstmal fertig. Die ganze Nacharbeit macht der Fadi nachher. Aber wir haben das ganze grobe Zeug erstmal weggehackt. Das waren insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Big Bags in Summe. Das sind ich glaube 7 Kubikmeter oder sowas, was wir jetzt hier an Hackschnitzeln haben. 10 brauchen wir immer für unser Paddock. Aber mit 7 kommen wir dieses Jahr auch ganz gut zurecht. Auch das steht jetzt wieder an. Wir haben Ende März und jetzt müssen wir langsam wirklich mal die Wiesen abschleppen. Hier ihr seht Mauerwurfs Hügelhausen ist hier bei uns auf der Wiese ganz groß angesagt. Die müssen wir alle abschleppen mit unserer Wiesenschleppe. Und da hinten im Hintergrund sieht der Teich. Da gehen wir jetzt auch noch mal kurz hin. Ihr seht hier ganz wunderbar, wir haben ja in unserem Livestream mal einen Schilfrechen gebaut. Den haben wir dann noch ausprobiert. Der eine oder andere hat es vielleicht von euch gesehen in einem kleinen Video. Aber der hat ja ganz hervorragend funktioniert, muss man sagen. Mit einmal durchschleppen pro Spur war das Ding hier wirklich, ihr seht es ja selber wie gekämmt. Wirklich ordentlich weg alles. Das Schilf war natürlich vorher alles abgesägt. Abgeschnitten mit der Motorsense. Und hier vorne haben wir es zu einem Haufen aufgetürmt. Das können wir dann mit unserem großen Bagger einfach rausheben. Aber dann war die Saison vorbei. Kann man ja nur von wann bis wann hier im Teich rum stolpern. Die zweite Hälfte machen wir dann im Herbst, wenn es wieder so weit ist. Und dann müssen wir uns ja auch langsam mal hier um den Boden kümmern, dass wir den Teich mal ausschlemmen. Aber dafür werden wir uns natürlich auch wieder was ganz raffiniertes bauen. Das versprechen wir euch schon mal jetzt. Aber das gibt es erst im Herbst das Teil. Und ja, eins nach dem anderen. Aber es wird. Ihr seht auch den Zapfen. Den müssen wir dann auch nochmal neu bauen. Der ist auch schon ganz schön hinüber. Und hier haben wir jetzt erstmal den Teich trocken zu legen. So einen kleinen Graben gebastelt, gebastelt, gebuddelt. Damit wir hier dann nicht in der Sumpflandschaft rumbaggern müssen. Und hier drüben seht ihr auch schon die Weiden. Die wachsen ja wie verrückt. Die sind schon drei Meter hoch, die alten Ruten. Das müssen wir alles noch wegsensen und dann abbrechen. Aber dazu wie gesagt mehr im Herbst. Hier hinten liegt auch noch ein kleines Nebenprojekt. Wir hatten ja gesagt, dass wir Windbruch haben. Das hier ist aus dem ersten Stück rausgeholt. Das sind um die 30 Festmeter hier. Alles 5,10 Meter lang. Alles Fichte. Ja, auch das war ein Grund dafür, dass mal die eine Woche kein Video kam. Denn solche Sachen hier muss man nebenbei auch noch mit erledigen hier. Das kann man sich ja nicht raussuchen beim Windbruch. Die Herkschnitzelproduktion ist jetzt erstmal abgeschlossen. Und jetzt wird es Zeit, das gute Zeug im Paddock und im Stall zu verteilen. Zuerst haben wir mit den Hackschnitzeln mal hier unseren Stall direkt. befüllen. Hier versuchen wir mal eine vernünftige Liegefläche für die Pferdchen zu schaffen. Haben wir schon einige Sachen probiert, aber jetzt sind die Hackschnitzel dran. Versuchen wir mal in Mischung mit Sägespänen hier eine. Wie heißt es? Humus. Ein Humusboden zu erzeugen. Eine Waldbodenschicht zu erzeugen für die Pferdchen. Mal schauen, ob denen das gefällt. In Mischung.. Wir müssen hier eine 5-6-7-7-7-8-8-8-6-7-8-9-8-8-9-8-8-9-8-9-8. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind glücklich, wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen und wünschen euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal Bye Bye